So, 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 das kennen wir doch alles schon. So, eben mal für mich etwas leiser machen und dann sag ich Welcome Back beim wievielten Part von Hunted the Demons Forge. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, ich weiß nur Continue und ich hoffe, dass ich jetzt auf meinen Spielstand lande und nicht auf den von meinem Bruder. Das sieht mir nicht vertraut aus. Ich glaube, das muss ich nochmal neu starten. Ja. Meine LPs gehen weiter. Das ist definitiv nicht meins. Ich kann mich nicht erinnern, hier bereits gewesen zu sein. Oder? Nein. Okay, quit. Yes. So, dann müssen wir eben mal den Spielstand wechseln. Und dann geht die Party ab. Dann geht die Luzi ab. Luzi, Luzi, Luzi. So. Wo war das denn jetzt? Da. Switch, Save Game, Control. Ja, wir waren eben bei 2,4 und wir sind erst bei 1,4. Gut, das macht bereits einen Unterschied. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Haben, 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 haben. Haben, haben, haben. Ich hab... Was hab ich denn hier noch? Ich hab noch ein bisschen Tee. Oh. Ja, lassen wir das Spiel erstmal sich selbst starten. Ja, das kommt mir doch schon weitaus vertraulicher vor. So. So. Ein bisschen den Soundtest, damit ich hier nicht einfach eine Sound-Explosion auf dem Kopf habe, auf den Ohren. So, und jetzt erstmal wieder reinfinden, wie das hier alles ging, ne? Da, die Tee. Ja. Das muss die Stadtstelle sein. Ja. Ja, und ich bete, die Stadtstelle ist nahe. So, eben nur überprüfen, ob die Schwierigkeit doch immer noch auf der höchsten ist, oder kann man das hier überhaupt einsehen und ändern? Ich glaube nicht, dann müsste das wohl so bleiben. Aim-Assist haben wir disabled, haha. So, schön. So, gut. Arm-Burst, äh. Ich glaube, um erstmal wieder reinzukommen und nicht so viel Blödsinn zu machen, nehme ich erstmal die Brrrrraau. Hm, alles schön und gut. Aber, ähm. Man konnte doch, man konnte doch. So, erstmal wieder nachgucken, wie die alle heißen und so, ne? Nein! Home. Wie End. So ging das. Okay. Wir spielen jetzt mit ihr, Laura. Aber, wir haben auch noch Cadog. Okay, ich muss erstmal wieder reinfinden. Sorry, Leute, das ist, wie ihr hier wahrscheinlich noch wisst, ein paar Monate her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Der arme Cadog. Ja. Ganz arm ist er dran. Und wir werden wahrscheinlich noch ärmer dran sein. Mit rechts klicken wir zielen und wir stehen erst mal direkt vor einem Event. Ich hab da vielleicht ein Fable. Komm mal! Komm mal! Komm mal! cowards! Du! Komm mit mir! Wir brauchen deine Hilfe! Ja, die werden nicht ohne Grund weggelaufen sein und ich glaube... Ich weiß es gerade nicht. Ah, ok. So. Kümmern wir uns erstmal um die Gegner, die wir um die wir uns nicht kümmern müssen. So, Endshot. Ich glaube, an letztes Mal hat sich das Spiel an dieser Stelle auch schon ein bisschen aufgerangen. Bleiben wir einfach etwas mehr in Bewegung und schauen wir mal, wo uns das hinfällt. Und ich kassiere gerade schon wieder zu viel Schaden. Mist. Zum Glück habe ich schön eine Pfeile, die ich verschießen kann. Ah, dann das. Ah, ich schieße mich sogar dagegen. Verdammt. Ich habe auch nichts zum Heilen, glaube ich, ne? Ein bisschen Siktag laufen und dann ist alles schon besser. Seht ihr? Na. Meine Genauswert lässt gerade ein bisschen nach und ich schieße ständig knapp vorbei. Jetzt nehme ich mir etwas mit Zeit zu zielen. Wodurch ich natürlich auch mehr getroffen werden kann. Hör auf. Das tut weh. Ah. Habe ich doch richtig gesehen. Und... Nein. Hier, heil mich. Komm her. Tu was. Hier. Na, komm. Ah, es gab ja noch diese tollen Spilter. Genau. Ah, was hat das damit nochmal auf sich? Ich weiß es nicht. Ah, geil. Stimmt. Es gab ja Fähigkeiten mit das hier, ne? Oh. Den hat's umgeworfen. Schön. Ich muss mich orientieren. Ich komme hier gerade nicht wirklich weiter. Na, komm schon. Ich will nicht schon wieder sterben. Man konnte sich doch bestimmt hinter irgendeiner Deckung verschanzen, oder? Mana. Wo ist denn mein Mana? Ah, wie wahnsinnig ich hier aber auch im höchsten Schwierigkeitsrad in der Magnoterie, ne? Ja, und jetzt sterbe ich wieder. Caddick, ich bin runter. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich sowieso sterben, weil Caddick das wahrscheinlich auch nicht überleben wird, weil die auf ihn schießen. Wenn du mehr lange wirst, bin ich Wormfood. Ja. Ich lebe. Arschloch. Oh, was soll ich dir tun, ohne dich? So, noch mehr Splitter. So, hier ist schön. Oh, und ich kann dich treffen. So. Verdammt. Wieso treffe ich nämlich? Achso, ah, ich hab dich jetzt gerade mit Kehrdock verwechselt. Das war ja nicht so schlau. So. So. Und ich geh weg. Stirb. Stirb. Imperativ mit I. Und ich sterbi. Sehr schön. Hab ich damit zwar auch Schaden reingerückt, aber egal. So. Hoffentlich haben wir jetzt das erste Mal wieder etwas zu holen. Weil... Ach, stimmt. Das gibt ja auch Geld. Hm. Okay. Können wir das zerschlagen? Nein, konnten wir nicht. Okay. Ach, ihr Wahnsinn, irgendwas. Lasst den Kehrdock mal in Ruhe. Er hat euch nichts getan. Fuck, ey. Langsam geht hier alles zu hoch. Das geht alles kaputt. Das ist nicht so sch... Oh. Ah. So, Hölle. Ich hab dich gesehen. Mist. Ja, du hast noch eins schönes für mich. Danke. So. Und jetzt geht's... Ach, ach, ach. Knäcke. Hm. Verdammt. Aber es ist so schwer, in so ein Spiel wieder reinzukommen, was man sich selbst auf Hardcore gestellt hat. Ah. Ah, ja. Da hinten, der... Gehst du? Alles klar. Bin dabei. Ich lasse mich nur erstmal hier durch. Was zur Hölle? Das war ich jetzt aber nicht, ne? Das hat irgendwie den Kehrdock gemacht. Dafür bin ich dir irgendwie auch dankbar. So, das war's von dir. Da stehst du ja noch. Warum? Bist du... Nein. Jetzt hab ich gar nicht auf meine Leben geachtet. Puh. Lefuh. So, wir sterben gerade für uns. Ich bin bei der Ballista. So, ich bin bei der Ballista. So, ich bin bei der Ballista. So. 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 Ich bin bei der Ballista. Ich bin bei der Ballista. So. 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 And. So. als sie noch gerade erst erbaut wurde.